oh shit wie komme ich überhaupt raus ich muss ja wieder hoch ne ach leicht ist das fahrt hier genau müssen wir noch betten nein ich weiß nicht wenn ich nichts auf dem gegner drauf setzte zum ablenken ob das dann halt quasi als feindliche aktion zählt oder ob er halt dann den einfach verscheucht oder wieder weg gehen darf das müssen wir noch mal ausprobieren das wäre doch sehr wichtig ein sehr wichtiges tool wie ich verarschen das ist ja dämlich scheiße jetzt habe ich natürlich richtig ruf verloren das ist dumm keine ahnung warum die mich gesehen haben aber das war einfach nur dämlich sooo schnell wieder rein wie viele gruppe haben wir jetzt verloren ja gut weiß ich gar nicht hält sich wohl noch in grenzen immerhin so wir wollten ja eigentlich mal zu ihr ne aber vielleicht geht das halt erst wenn wir da einen guten ruf haben ja 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 das geht ja alles nicht hm schwierig was ist das für licht das ist Ich will die halt immer noch nach der Suche. Ja, aber es ist vielleicht gut. Dann klettern wir hier einfach hoch. Können wir eh nicht mit dem Gleiter. Und dann müssen wir scheinbar eh hoch. Leute, was war das denn bitte? 360 beim Hochklettern. Ach mit dem, ich wollte gerade sagen. Na super, gleich den nächsten rufzerstörenden Bereich hier. Hier, wo ist es jetzt? Wat? Uff. Wir sind noch so weit entfernt. Gut, da laufen wir wahrscheinlich eh am besten zu Fuß, ne? Ja, nur 300 Meter ist ja nichts. Das ist ja alles. Vermeeren wir auf neu. Lasst uns abrücken. Na toll Na toll Ich kann doch jetzt nicht da reingehen Was soll ich denn da alles totschießen Und noch einer Und noch einer Oh mein Gott Hält doch einfach instant an Hacker man Jetzt fallen die gegeneinander Ich glaub's ja wohl nicht Da vorne sind ja eh Wachen Hält jetzt dreht einfach rum Stau Stau auf der W8 Wüste 8 Was ist mit diesen Fliegeviechern hier? Hier kommen wir nicht hoch Das ist aber ein bisschen doof Oben sind Leute ne? Irgendwas hab ich da gehört Er ist schlecht Ist richtig schlecht Ich glaub von hier kommen wir nicht Und frontal auf gar keinen Fall Vielleicht wenn ich ein bisschen Besseren Ruf hätte Dann wär's ja kein Problem Oder es gibt halt irgendwie an der Seite Oder hinten noch einen Eingang Schade Also sehe ich da jetzt keine Möglichkeit Lassen wir mal außenrum laufen Vielleicht Ist da ja was Oh Oh Luke ist gut Wie viele von diesen Sich verfärmenden Schmetterlingen hier sind Chamäleonlinge Oh was ist das? Guck guck Nimm mich mit Ach sitzen Wie in Life is Strange Nice Leon Krass Dann sammelt man die ja echt schnell eigentlich Ja genau Mit Abo schon ein bisschen schneller Ich glaub nicht so viel schneller Na dacke Steht das da irgendwo? 1,2 Ja ok Naja man nimmt alles mit Was man kriegen kann Oh mein Gott Ich hab's mal geschafft Nicht gestorben Nice So Wo ist jetzt der Hangar An eine Mechaniker Sofort beim Gleiterhangar melden Der Eingringling hat uns ausgesperrt Öffnet sie diese Tür Sofort Ich weiß noch wie wir mal ein Schiff geöffnet haben Die Rebellen haben alle Luftschleuten geöffnet Als wir an Bord waren Ich hab die Hilfe Ja das Imperium wird siegen Lieber mal alle ausschalten hier Ich möchte den Blaster endlich mal im Einsatz sehen Hm Moment Bomb Was war das? Warum? Ach das ist ja draußen So genau Wie mach ich das jetzt mit denen hier? Vor allem komm ich da überhaupt schnell genug hin Das ist ja die Frage Wahrscheinlich nicht Sonst würde ich mit nix Oder kein Ich kann da drauf schwingen Das muss der Hangar sein Nice Okay das ist gut Das ist sehr gut So und jetzt Nix auf den Und Mit halbem Schuss auf den Nein Schnell Uiui Nein Nein Er hat mich Ach man Nervt doch nicht Warum passiert das denn immer? Scheiße man Es ist so dumm Dass man aus Versehen dann schießt Und dann wird man deswegen entdeckt Ich helfe noch 10 Wie schnell Ach man Jetzt bin ich auch noch auf der anderen Seite Sie habe ich umzingelt Hm Und ich soll jetzt irgendwie da rein Aber stirb nicht dabei Ich brauche dringend das Sequenziergerät Ich tu mein Bestes Ja ne ich gehe außen rum Hatte gerade auch geklappt Festhalten Ach Leute das nervt doch Ich war doch schon fertig Ich So, wo war das Ding? Wo war der Eingang noch weiter rechts? Nee, ich glaube nicht, ne? Glaube ich hier. Ja. Sehr ärgerlich. Ich war schon fertig und dann das. Die brauche ich hier glaube ich gar nicht. Wie viel Mühe süßig gibt's. Räumt den so extra weg und dann kommt der Bonk. So, jetzt kriegen wir's aber gleich hin. Wir können das ja mal probieren mit Nix. Naja, kann ich nicht probieren. Weil ich möchte ja hier nicht entdeckt werden. Deswegen, ich wollte jetzt probieren, ob ich mit dem Nix den quasi... Ob wenn der weg ist von ihrem Kopf, ob sie dann Alarm auslöst. So, aber das möchte ich nicht riskieren. Nicht nochmal. Deswegen lieber nicht. Naja, du musst bedenken, ihr Schlag ist einfach so stark. Sie schlägt einfach durch den Helm durch. So, jetzt einmal schießen. Nee, nicht mal sehen, was das war. Genau. Sehr gut. Schauen wir mal. Okay, ich bin drin. Gut. Ich hab die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Hier ist alles ruhig. Hast du was Kleiner? Ich weiß nicht, wie die sind da. Was sind diese Dinger? Oh, da sind auch Leute. Unglaublich. Wie hat sie es überhaupt in unser System geschafft? So darf uns doch niemand aussperren können. Ach, nice. Die Hackerin hat die ausgesperrt. Cool. Oh, nice. Polycarbonat. Sehr gut. Schacht öffnen. Ich hab's nicht drauf. Riebe nicht nur auf diesem Posten gelandet. Oh, nice. Schien mein Gleiter halt noch gar nicht aufgemotzt. Ist jemand in der Nähe? Hier, da gibt's diese beiden, aber da ist auch noch einer. Ja gut, aber das ist dann ja easy. Bonk. Ja so ist gut. Ach, das ist noch jemand, hallo. Feierabend. Wir alle müssen unseren Teil beitragen. Ist hier jemand? Wo muss ich hin? Da hinten irgendwo. Ich dachte der Schacht war dafür da. Ah. Verstehe ich gar nicht. Oh, da oben sind auch noch Leute. Ups. Was ist das? Was schaltet das ein? Ah, der Rauch ist schon vorher da. Hä? Ey. Holy shit. Au. Verstanden. Halte Wache. Nix. Fass. Nee. Mein Gott. Ich hab mich verklickt. Hu hu hu. Hä? Wo muss ich denn hin? Hm. Jetzt bin ich rausgegangen. Ich muss gar nicht raus, oder wie? Das ist ja jetzt doof. Wo war denn jetzt der Schacht? Oh, was ist das da hinten? Nein. Schalten wir den Alarm ab. Das klingt gut. Hm. Das ist komisch. Gehen wir nochmal wieder rein? Ah, da war ja nichts, ne? Hast du die Punkte dann eigentlich genau? Auch den Punkt genau? Oder hast du dann halt so in 10er Schritten? Also hast du dann wahrscheinlich ein paar Punkte mehr, ne? Kostet ja glaube ich 7777, ne? Hast wahrscheinlich 7778, ne? Achso, hier hin geht's doch durch. Oh shit. Hier hätte ich noch hingehen müssen. Ist das dein Ernst? Nice Leon, gib Wunsch. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Ach, wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Da stand, ich hab... Ich hab heute einen schlechten Tag und sie hat gesagt, ich hab heute frei. Super weird. Okay, ich muss nach oben, aber hier ist irgendwo einer, ne? Ist der genau davor? Ich muss das auf jeden Fall jetzt auf dem Dach anbringen. Ich kann ja nur noch hier raus, also... Äh... Guten Tag Herr Sir. Schlafenszeit. Ah, hier bestimmt. Nee. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Schnell ums Eck. Wow, nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze nicht deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment, wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung. Und richtig viel Technik. Und schingelt sie! Wie, das war's schon? Ich fache die Verstärkung an. Wex, die Tür. Okay, ich muss sagen, jetzt somit nix hier bei diesem Außenposten. Das fühlt sich gut. Ich bin jetzt am Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Geschütze ausgeschaltet hast. Ist ne gute Mischung. Mist, die haben uns gesehen. Echt, wie? 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 Leider unendlich. Tuck dich aus, nix. Pfff. Oh, k***. Götz. Ah, ah. Ah. Zoom, zoom. Nicht schon wieder. Oh, shit. Jetzt sind alle alarmiert. Achtung, Achtung. Die Bedrohung hat sich erhöht. Die Flüchtige ist extrem gefährlich. Bleiben sie auf Abstand und warten sie auf Unterstützung. Achso. Nice, sind gerade reingekommen. Goodbye. Ja, müssen wir mal gucken, wann wir das machen, wa? Vielleicht morgen. Gucken wir mal. Nix. Fass. Geh mir meine Pause. Ah, hier. Ah, das sieht schon geil aus. Das haben sie geil gemacht, auf jeden Fall. Von der Optik her, passt halt voll gut. Oh, nice. Easy. So schnell hab ich es noch nie. Zwei Versuche. Du kommst durch, wenn du raus bist, Wes. Achso, ich darf mich jetzt noch durchschießen, was? Sie muss eliminiert werden. Setzen Sie die Suche fort. Wow. Wow. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Na gut. Geschütze ready, und... Angriff! Ich habe richtig Bock bekommen auf so einen Star Wars-Shooter, Battlefront oder sowas. Müsste man actually mal gucken, ob es anderen auch so geht und ob die Playerzahlen gestiegen sind durch das Game. Da kann ich mir gut vorstellen, ist ja meist, also ist ja allgemein so, zum Beispiel bei Witcher, Witcher-Film, Witcher-Serie und das Spiel ist übrigens nochmal aufgelebt. Dann die, also jedes Spiel breitet sich halt immer auch auf andere Spiele halt aus. Die Leute halt richtig Bock haben und so, es ist nicht bestimmt so sein. Wie bräuchte ich das mal? Der Geschützturm, der arbeitet ja für mich, ne? Also von daher. Map 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 Gigi Kennst du nicht? Battlefront 2 Das ist ja so der neueste Shooter von, den es so von Star Wars gibt. Na guck mal, hier benötige ich nämlich dieses Hacking-Kit. Achso, ja, weil ich, ich habe es auch gesagt, deswegen dachte ich. Ja genau, Battlefront 2 What? Wie? Wo sind die Händen? Feier! Ach, komm schon! Feuer! Oh, shit. Ja, Battlefront 2 war schon ganz cool. Wobei ich sagen muss, das neuere... Das ist halt sehr grimy. Da muss man erstmal sehr, sehr viel spielen, bevor man alle diese Karten hat. Ich musste das alte nochmal spielen. Das habe ich damals sehr gerne gespielt, aber... Es war super geil, aber es sieht... Es ist halt... Super alt. Von daher, ich weiß nicht, wie es jetzt so aussehen würde. Vielleicht nützt es dafür auch so ein HD-Mod oder so. Da kann ich einfach nicht an der Seite raus, bin doch hier auch hingekommen. An alle, die Bedrohung hat sich erhöht. Die Flüchtige ist äußerst gefährlich. Angriff aufrechterhalten, bis Unterstützung eintrifft. Ich geh dann mal. Bis noch immer auf das Fahrtier gleich wird. Nichts gebrochen, hoffe ich. Boah, unsere Wanted-Schufe. Und fast das Maximum. Ja. Ich bin überhaupt Hack-Tag. Ich hab schon bessere Zeiten gesehen. Ich hab bei Cent was hinterlegt. Was ziemlich lohnt. Ich sag nicht, wenn ich dann mal hier aufbauen kann. Lachen, dass er was hoch. Schon wieder? Verstanden. Sie haben die Erlaubnis bei sich... Bist du? 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 Noch weiter? Nein! Oh! Geil! Oh shit! ein AT-AT, ah ne nicht AT-AT, aber auf jeden fall schnell weg soo dann holen wir uns mal unseren Stuff achso, oh shit, unsere Wartage-Stufe kommen wir jetzt überhaupt rein, weil da stehen doch Sturmtruppler vorne können wir erstmal zum Gleiter-Mechaniker gehen hier was gibt's denn hier so was sagt denn die Hilfe achso Energie-Generator-Beschleunigung ja komm, Gipi war cool, dass man so viel upgraden kann das find ich, find ich nice hm hm soo ja gut ja gut hey 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 sweet ich dachte gerade, der fällt um und stirbt einfach sieht sehr komisch aus Mann, wie lange bin ich denn noch besucht? kann ich da hochklettern? Achtung an alle Einheiten, eine Kriminelle auf der Flucht bewegt sich durch ihren Sektor suchen sie weiter, sie darf uns nicht entkommen so, jetzt bin ich mal gespannt, ob die Sturmtruppler jetzt mir hier auch wir halten sie auf hey ja, sind sie wir halten sie auf hey ach hier, schnell leichteste Fahrt hier, schnelle Wette easy money ich bin nicht verfügbar oder da kommt auch jemand aber richtig schnell die Sturmtruppe an alle Einheiten aufgepasst eine bewaffnete gefährliche Kriminelle ist in ihrem Sektor unterwegs das jeder muss eliminiert werden das ja also Eila hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich ich will zurück in mein Bezirk geilo sehr gut hoch oh mein Gott das Hacking-Kit ach so für Wördel fürs Hacken haha ah, da sehen wir die möglichen Möglichkeiten damit ist so einiges möglich gut und dann können wir später auch so zu neuen Locations damit ok, das haben wir schon ah ok wenn Gegner uns noch nicht gesehen haben können wir mit dem mehr machen wir mehr Schaden schieße abgelenkt Gegner mit dem Blaster nieder und Infiltration ok ja gut, das kriegen wir quasi passiv cool geil, finde ich gut, dass es so viel zum Freischalten gibt finde ich gut finde ich gut gut jetzt müssen wir noch warten bis unser Warn-Dit weg ist ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst und fest ohne dich wäre das nichts geworden du wirst deinem Namen gerecht wie meinst du das hör zu ich bleib auf der Rentali-Raumstation bis ich weiß wo es für mich hingeht komm ich doch besuchen wie ist Zielperson verloren kehren sie auf ihre Position zurück wieder von raus ich kann wieder diese absurde Musik genießen nee warte Money 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 wer läuft denn heute? Ich kann mich nicht erinnern wann die Tribüne je so voll war gute Quote Kredits in Kredits Das bringt mir Glück nix. Was, 192 nur? Die Fans sind begeistert. Ja, easy. Asianische Überraschung. Na, sehr schön. Schön viele Credits. Das ist doch gut. Okay. Na, wie? Wie, wo? Was? Wie soll ich speichern? Im Kampf? Ich bin im Kampf. Muss ich gar nicht. Ach, nein. Sicher? Hm? 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 Nee, aber dann würde ich sagen, haben wir jetzt genug geschuftet. Wenn ich irgendwann mal speichern kann, dann geht es ins Bett. Habe auch wieder deutlich länger gemacht, als ich dachte und wollte, aber hat doch einfach Bock gemacht dann ist das auch okay. Ja, genau. Das... Das dauert noch. Ja, diese... Man muss auch ganz ehrlich sagen, diese neue Verbesserung ist halt wie... ist okay. Aber der... Schlüssel wechseln... Achso. Oder Schüssel. Ach, Schüssel. Dieser Grad zum Nachladen ist halt auch sehr, sehr minimal. Von daher... Ah, interessant. Mehr Muni für erbeutete Waffen. Ich habe ja so das Gefühl, ich muss erst mal noch sterben, bevor ich hier was machen kann. Oh, was ist das denn? Ach, das ist ja cool. Kann ich von meinem Schiff aus... Aufträge auf dem jeweiligen Planeten annehmen. Andere Welten... Gut, das habe ich noch nicht. Das ist ja cool. Ich habe auch Bock auf jeden Fall ein paar... ein paar Ruf-Missionen zu machen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen ran. Schon nice. Jetzt ist alles so orange hier. Gelegenheit in der Nähe. Achso. 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 Das ist... Genau, das weil wir was installieren können. Ja komm, dann machen wir das halt. Was kostet der Spaß? Gute Wahl. Wie soll ich denn... Ich verstehe das nicht. Wie kann ich denn noch im Kampf sein? Ich glaube, ich springe mich einfach mal kurz um. Hä? Immer noch im Kampf. Wie komme ich denn aus dem Kampf raus? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Vielleicht mit dem Schiff wegfliegen. Dann sind wir auf jeden Fall raus aus dem Kampf, oder? Oder schnell speichern. Schnell speichern. Schnell reisen. Hä? Ich meine, eigentlich wollte ich gar nicht fliegen, aber ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um aus dem Kampf zu kommen, ne? Ich meine, wenn nicht mal mein Tod mich aus dem Kampf zu bringen. Das ist auch geil. Musik ist auch richtig geil. Musik ist auch geil. Musik ist auch geil. Musik ist auch geil. Ich hab ja eh keinen anderen Planeten. Ich hab ja eh keinen anderen Planeten, oder so. Ich hab ja eh keinen anderen Planeten, oder so. Hm. Wobei, wo sind das? Wir hatten doch eine Mission. Ah, das ist auch auf Toshara noch. Achso, hier. Station Ren Pali. Können jetzt theoretisch speichern. Echt in der... Okay, ne. Aber nicht, dass da was verbuggt. Dann fliegen wir halt da noch schnell. Kann ja nicht so lange dauern. Ah, schön unterhalb der Trümmer. Sonst... ...müsste ich mein Schiff wieder reparieren. Uh, schätze. Und dann mit ersten Faden. Dann ca akl oder3. Ents die K balances. Sonst mit ihm sein. Und dann mit deinem leben passen. Und dann sehen, dich mal sein das Waffe. Neue Karte verfügbar. Schade. Okay, dann würde ich sagen, wenn das jetzt geht, dann können wir dann beim nächsten Mal das weiter erkunden. Ah, sieht gut aus. Ah, das sieht auch geil aus. Ja, sehr cool, echt einiges geschafft heute. Gut, hatten ja auch zwei Streams, ne, sieben Stunden oder so, da schafft man auch einiges. Gute Nacht Leon, gute Nacht alle, die noch vielleicht da sind oder rein lurken, vielen Dank dafür. Ja, ich denke mal, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke und hoffe, dass wir uns am Sonntag sehen. auf die eine oder andere Art und Weise. Ich weiß noch nicht, ob wir wieder Star Wars spielen, gucken wir mal. Muss ich noch mal gucken, wie wir das machen, weiß nicht genau, was der Plan für morgen ist. Aber schauen wir mal, wenn wir morgen streamen, dann würde ich gerne das Watchdown-Update machen und ja, vielleicht spielen wir auch ein bisschen Star Wars weiter.